Lieber Heimwerker, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Luke, Luke der Heimwerker und das ist eine neue Staffel auf meinem Kanal. Kommt rein. Das ist das Haus und heute zeige ich euch mal ein bisschen, was wir hier schon gemacht haben. Gestern haben wir diese Wand hier dort eingerissen. Hier mal einen kleinen Einschnitt. Diese Wand hier hat mein Kammer heute rausgerissen, hier ein kleiner Ausschnitt. Die Wand hier hat mein Kammer. Äh, mein Kammer, mein Kammer, mein Kammer, mein Kammer, mein Kammer, mein Kammer, hier, nicht abmachen, dranmachen, dranmachen, ja. Gut? Gut. Leute, auf diesem Kanal zeige ich euch in diesen Episoden, was hier in diesem Haus passiert. Es wird so ein bisschen witziger sein. Also Leute, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Luke der Heimwerker. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.